Magisches Schloss Es ist kalt Barbie, es ist total kalt. Wieso hast du nur einen Rock an? Mir ist nicht kalt Das ist aber komisch Barbie, aber wie kannst du denn so rausgehen? Es ist ein Sturm hier draußen, es ist total kalt Es ist gar nicht so kalt Hallo Valeria, ich brauche deine Hilfe. Mein Gesicht ist ganz trocken von diesem kalten Wetter Ja, dein Gesicht ist ganz trocken und deine Haare auch Na los, setz dich hin Als erstes brauchst du definitiv eine Gesichtsmaske Ich mache dir eine, keine Sorge Die Maske wird dir helfen, deinem Gesicht ein bisschen Feuchtigkeit zu geben Die Maske wird dir ein wenig Feuchtigkeit geben Wie viele Minuten? So, die Maske ist fertig Und jetzt noch ein wenig Creme So, jetzt fehlen nur noch deine Haare Erstmal müssen wir sie waschen Oh, die sind ja ganz schön trocken So, deine Haare sind fast fertig Jetzt trocknen sie noch ein bisschen Jetzt müssen wir nur noch deine Spitzen schneiden So, damit wir deine Haare noch stylen können, müssen wir sie ein bisschen glätten Mit unserem Glätteisen Du bist fast fertig, Barbie, jetzt machen wir dir noch einen Zopf Jetzt kommt noch der letzte Schritt Du musst dich ganz warm anziehen im Winter Oh wow, ich sehe so hübsch aus Wir brauchen unbedingt was Warmes für dich Hm, was suchen wir denn aus? Hm, welches gefällt dir am meisten? Ich glaube das hier Ja, das mag ich am meisten Hm, welches gefällt dir hier? Ich glaube das Das ist am wärmsten Tolle Kombination Schön, du siehst klasse aus Aber wo sind deine Stiefel? Du bist schon super warm angezogen Aber dir fehlt noch eine Winterjacke Die hier Und, wie sehe ich aus? Du siehst super aus Und sehr warm Aber willst du nicht noch lieber die andere Jacke anprobieren Mit der Kapuze? Ich helfe dir Oh, die Jacke ist ja super weich Wenn du magst, habe ich noch eine andere Option Wenn es ganz kalt draußen ist Willst du die anprobieren? Ja, ich probiere sie gern an Perfekt, jetzt ist sogar dein Kopf bedeckt Aber wenn du magst, kannst du die anderen beiden Jacken auch mitnehmen Oh, super, danke Valeria Welche Jacke gefällt euch am liebsten an Barbie? Schreibt mir das unten in die Kommentare Und wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.